Tabuli Salat ist ein einfaches mediterranes Gericht aus sehr fein gehacktem Gemüse, viel frische Petersilie und Burgowaisen. Das ist sehr lecker und gesund. Übergießen Sie den Burgowaisen mit kochendem Wasser und für 30 Minuten kellen lassen. Das ganze Gemüse und die Kräuter sehr fein hacken. Tomaten sollten nicht zu flüssig sein, deshalb so viel saftiges Fruchtfleisch wie möglich aushören. Das gehackte Gemüse in eine Schüssel geben, Burgow-Granata-Apfelkerne hinzufügen, mit Salz und Pfeffer würzen und Limettensaft und Olivenöl hinzufügen und dann vorsichtig mischen. Lassen Sie den Salat vor dem Servieren 50 Minuten höhen, damit sich die Aromen vermischen. Servieren Sie mit Zutronenscheiben und genießen Sie. Guten Appetit! Zutronenscheiben 默